So, herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir sind jetzt endlich angekommen und wollen Kreuzdorn finden. Gut, wir wollen nicht, aber ich bin jetzt einfach mal gepflegt schon hierher, um das mal noch zu machen. Nebenbei will ich natürlich auch noch ein bisschen leveln, das steht außer Frage. Ach, okay, das ist die Hütte, wo es die Pfanne gab. Okay, weil ich weiß jetzt schon, mit dem Greif werden wir uns nicht gleich direkt anlegen können. Das wird nichts. Jups. So, ähm, ja, dann halten, tauchen. Achso, ist das hier? So, äh, ich brauch dies. So, dann gucken wir einfach mal, was haben wir hier? Das, das war's schon, mehr nicht. Echt jetzt? Mehr nicht? Okay, ähm, ich nehm mal Vorsicht, aber ich werde das noch. Das noch, okay. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wese mir reden. Okay, ähm, ich... Wird eigentlich gar nicht der Dame noch echt auf unbedingt dieses komische, äh, ertrunkene Höhle. Ich habe nur keinen Plan, wo ich sowas finde. Ähm... Oh, ich würde euch am liebsten so umschreddern. Why? Welfo, das interessiert die nicht mehr. Oh, ich darf den schon mal nicht angreifen. Oh, halt doch den Rand, lass mich jetzt doch durch, Mann. Ey, warum greift denn der mich an? Oh, naja, hat der gelitten? Greift der Spasti mich einfach an? Ist denn das zu glauben? Das ist ein Typ. Ei, 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 ei. Ich würde am liebsten echt gerne googlen, wo ich dieses, wo ich dieses komische Atom-Verflucht-Kaiser-Hörner-Kriege. Moment. Kaiserliches Edit. Dö, 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 dö. Ich kann jetzt nur mal den Rand halten. Von hier auf dem Zwirn. Ist ja fürchterlich so. Äh, dö, 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 dö. Eigentlich könnte ich... Wisst ihr was? Ich nehme sie jetzt einfach alle mit. Was, was, was sagst du da? Wer hat dir das beigebracht? Äh, Shetty. Hört mir gut zu. Du denkst das nie wieder, nie wieder. Und du spielst doch nicht mehr mit Shetty. Aber er ist mein bester Freund. Shetty ist ein Dummkopf, der uns noch alle umbringt. Wenn ich dich je mit ihm erwische, wirst du's bereuen. Harte, aber fair. Okay. Du hast gesagt, du... Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Vor allen Dingen diesmal. Hallo, sag mal, ich hab... ...deinen Brandstuf durchgefunden. Du, klapst mal. Genau, ich war rein. Was kann er mir denn anfertigen? Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Äh... Zultaten schön, Zultaten schön, Zultaten schön, Zultaten schön. Zultaten schön, Zultaten schön, Zultaten schön, Zultaten schön. reparieren, zerlegen, Besserung entfernen, handeln. Äh... Jo. Hast du vielleicht irgendwas, was ich kaufen kann? Jo, du hast doch Draht. Gib mir das mal. Dim, 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 dim. Oh, sehr gut sogar. Zwei Stück. Nehmen wir alle beide. Danke. Ähm... Oder hat er vielleicht sogar... Sattel. Hat mein Pferd nicht im Sattel? Ach, okay. In dem Pferd kann ich auch dann Dinge verstören. Oh, das ist ja praktisch. Okay. Zurück. Handwerk. Ähm... Handwerk. Ja, okay. Ähm... Erfolgreich hergestellt. Cool. Habe ich das jetzt bei mir auch drin? Lebe wohl. Tschüss. So. Gucken wir jetzt einfach mal hier rein. Hat er das jetzt automatisch an? Ja. Hat er. Aufschützenresistenz. Resistenz gegen Schaden durch Monster. Elementarresistenz. Okay. Cool. Ähm... Dann haben wir auf jeden Fall schon mal... Da noch ein bisschen was. Ah. Okay. Dann wird es sein... Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir deine Ware. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Kann ich doch ein bisschen eigentlich meinen Scheiß verkaufen hier. Das kann weg. Das kann weg. Das kann auch weg. Und das kann weg. Das brauche ich auch nicht. Okay, was ist das da? Stahlbolzen. Der Gegenstand ist unverkäuflich. Warum ist der unverkäuflich? Brauche ich den vielleicht später für irgendwas? Muss ja einen Grund haben, warum der unverkäuflich ist. Das ist doch das, was er verkauft, ne? Ja. Hat er dieses komische Hirn, was ich brauche? Hätte ich auch eher drauf kommen können, dass die vielleicht sowas haben? Sieht aber nicht so danach aus. Denn jetzt kann ich das U plötzlich tragen. Jetzt benötigt das auf einmal nur noch Stufe 2. Okay, die Schuhe sind sogar rüstungsmäßig auch noch besser als meine. Aber das... Reparieren? Kann ich eigentlich alles mit einmal reparieren lassen? Wo zieht ihr das? Danke. Das nehmen wir auch noch. Oh, ich bin so behindert. Ich habe das Falsche reparieren lassen. Ich kenne es schon wieder mal nicht. Fuck. Lebe wohl. Ich habe das Falsche repariert, verdammte Axt. Oh, nee. Shit happens. Falsch. Ich werde das mit Select und Start nie lernen. Ich nie hinkriegen. So, okay. Wir haben aber jetzt noch übel viele neben. Ich weiß, dann bin ich doch mal in Ordnung. Hä, was haben wir denn da jetzt eigentlich alles mitgenommen? Habe ich da nicht alles von dem schwarzen Brett? Das sind doch hier eigentlich eine Emission, die man hier annehmen kann, oder nicht? Was bin ich da jetzt vollkommen? Äh. Ach ja, hier kann ich das machen. Ja. Ups. Der wird sich ja gern. Hä, bade, hier. What the fuck? Was ist das? Verteidigung. Nein. Ich meisterschütze auch nicht. Was ist das? Ähm. Ich möchte eigentlich... ...das da. Irgendwie da drin haben. Bin das nicht irgendwie... Hä? Ich bin verwirrt. Nein, das will ich auch... Oh, no. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Oh, und ich muss niesen. Ah, entschuldigt. Oh, Gott. Ich hoffe, das hört man nicht so laut. Hä? Ach so, das konnte ich da rein donnern. Jetzt verstehe ich ihn. Das hier ist immer aktiv. Oh, ja, okay. Mit Schaden... Adrenalin. Ähm. Armbrust. Nee, eigentlich will ich nicht so auf Fernkampf gehen. Von daher nehmen wir mal... ...verfügbare Punkte. Warum kann ich das nicht irgendwie ausbilden? Fähigkeit erwärmen. Ach, hier auf X. Oh, ich bin so B. Das kann ich dann da rein donnern. Sehr cool. So, okay. Haben wir da jetzt was gemacht? Komm schon. Aber darum ging es eigentlich gar nicht. Fällt mir gerade ein. Teufel beim Brunnen. Okay. Mittagserscheinung. Ja, das ist... Das ist das alles. Okay. Kann ich mal ganz kurz gucken. Wirksamen Kampf. Oh, ja. Öl. Und... Okay. Ah, das ist eigentlich echt cool. Also, das sagt du vor allen Dingen... Ähm. Was du alles benutzen kannst, das ist fähig. Bücher. Oh Gott, das ja. Gut, da müsst ihr dann echt sagen, wenn ich das hier mal vorlesen soll. Dann... Wollen wir da irgendeine Möglichkeit finden. Feiert und singt. Kaiser M. Ihr trinkt. Dann seht ihr ins Bett. Ich weiß, was ich weiß. Dieser Bojan. Wagt er sich bald her, um sein Geteide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Aha. Hier gibt es übrigens eine grüne Kiste, wo ich nicht weiß, ob ich die einfach aufmachen darf. Ne? Wollen wir so nebenbei. Ich will ganz kurz hier reinlooken. Weil die ist grün. Das heißt... Ah! Uh! Uh! Bei Lagern? Hier darf ich Zeug lagern. Interessant. Dann packe ich die da einfach mal rein. Äh. Brrr. Für den Schwerden. Ich bin ganz ehrlich. Hab ich keine Ahnung. Muss ich mich noch reinfuchsen? Sonstiges. Kann ein Händler verkauft. oder im handwerk zutaten zerlegt werden okay gibt es irgendwas was ich eigentlich überhaupt gar nicht brauche zutaten zerlegt werden es gibt ja auch plunder wo es heißt nur wegen das kann einfach nur verkauft werden okay das lässt sich echt alles für irgendwas zu legen und braucht man echt immer für irgendwas interessant kann man mit der jetzt eigentlich reden dass wir uns eine greifkummer brauchst du sonst noch was magst du das gesetz nilfgarts was gibt es da zu mögen es ist wie jedes andere auch man wird besteuert dies und das wird requiriert aber sie sichern den frieden im dorf das muss ich ihnen lassen trauerst du nicht um temerien ich habe vor einem halben jahr darum getrauert als könig volk ist ermordet wurde jetzt jetzt will ich nur frieden lebt wohl weiter stimmt der mit der katze nicht so gut hilft er mir dann eigentlich bei dem komischen greif kollege ich bin da ich will reden ja was ist denn wolf es gibt gute und schlechte neuigkeiten die gute zuerst der hauptmann der nilfgardischen garnison weiß wo jennefer dahin ist die schlechte wir müssen den greife enttöten was sollte er sonst von zwei hexern verlangen weiter sag mir was du weißt der greif hat sein lager verlassen wir müssen einen köder auslegen und eine falle stellen und wie geht's voran damit ich habe ein paar dinge erfahren er ist ein männchen und hatte ein nest im fuchswald die nilfgarder haben das nest niedergebrannt sein weibchen getötet und die eier zerstört und geglaubt das problem wäre gelöst immer das gleiche statt einen experten zu holen versuchen die leute es selbst und machen alles noch schlimmer ich hab den kreuzdorn das sollte klappen wie am schnürchen intensives aroma gestank wohl eher du stadtjunge verwesung dung pisse das sind übliche gerüche auf dem land weißt du noch die jagd auf den zeugel in dieser müllhalde in drei berg du hast den halben nächsten tag gebadet und dich geschobt wie könnte ich das vergessen wirst du hier aufhören ist zu erwähnen wenn alles soweit ist sagt Bescheid dann legen wir los also der hilft nur auf alle Fälle nur so nebenbei ich nutze mein Telefon als Stoppuhr und ich kann hier nicht in Ruhe okay sagen ohne dass mein Telefon gleich anfängt hier irgendwas zu wollen so gut bis später wie sie mir wird jetzt nämlich sagen dadurch dass ich auch den Timer sonst noch wieder gestellt habe und ich nicht weiß wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme und ich jetzt ja einfach wirklich überhaupt gar nicht übertreiben möchte mit den ganzen folgen da sage ich jetzt das altbewährte Däumchen nach oben wenn es euch gefallen hat in die Kommentarbox könnt ihr Input reinschreiben wo es was gibt wo man vielleicht am besten leveln kann wo man am besten Geld herkriegt oder ob man wirklich von den Leuten direkt Geld verlangen sollte oder ob man cool mit den Leuten sein soll und sagt von wegen behaltet euer Geld kriege ich woanders her sowas wo es gutes Equipment gibt muss nicht unbedingt sein weil das möchte ich gerne selber finden das wäre dumm wenn das gespoilert wird ansonsten sollte euch mein Shit auch gefallen lasst ein Abo da da würde ich mich riesig drüber freuen von daher wünsche ich euch einen wunderschönen Tag lasst es euch gut gehen haut rein ciao